seikimatsu ja und willkommen mein name ist an die rolle p und spiel zurück zuletzt bei dragon ball seit kakarot ja in der letzten folge haben wir uns mit vegeta gegen majin buh gestellt vegeta hat sich in die luft gejagt und hat gehofft damit manche boot verledigen allerdings hat nicht so ganz geklappt manche boh lebt noch baby die lebt noch und die waren die ganze erde kaputt machen und die bewohner auch wenn wir jetzt nicht den piccolo tranks und zum guten ausliefern und ja da wir das nicht machen wollen und ja die situation schon gerade ein bisschen doof ist stellen wir uns jetzt gerade manche boom etwas zeit zu schinden weil war video machimo sind auf dem weg zur westlichen hauptstadt um alle dort zu töten wenn schwangs nicht da ist und ja da tranks nicht da ist und wir den drachenradar oder bauen geht er jetzt mal auf dahin und ja also den drachenrad zu holen damit wir suchen können alle wiederbeleben können währenddessen zu piccolo den jungs gerade die fusion beibringen oder irgendwie noch nicht weil wir noch keine zeit hatten und ja währenddessen song gegen majin boh song gohan und begete hatten keine chance gegen den marken wird jetzt zum goku drauf hat ja 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 Die Verkaufung der Verkaufung und Schwierigkeiten sind nicht mehr! Warum warten Sie? Sie sind etwas, was Sie? Ja, Sie sind die Verkaufung. Hahahaha! Sie sind die Verkaufung. Sie sind nicht die Verkaufung. Sie werden die Verkaufung. Sie werden sofort hier kommen. Ich habe das Gefühl, dass ich so gesagt habe. Dann können wir uns nur ein wenigstens antworten. Hehehe, das ist interessant. Ich habe die Angst, dass du das Angst hast. Hey,魔人! Was hast du gemacht? Komm schon, mach es! Dishimai Da war kattar Undo mehr Nitsue noin war pd-do e-nari ko Lassi Okay, nacho to yun jai So go go that's and copy Du willst du wieder mit dem Jumon verletzen? Wenn du mich verletzenst, dann wird dir das nicht verletzen. Na. Na. Was ist das Kruh? Was? 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 Was ist das Kruh? Na. Aber eine Katze. Ne. Bessere Katze. Aber nicht. KZ. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin. Super Saiyajin 2. E簇. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 2. Und dann ist das Krasen-Aid. Und zwar... rieger dieses zu bau eben fördert wie alt schalala krimine dann komme er meiner meinung nach einer der besten kämpfe das ist ja voll episch ist in der form das hat ich glaube ich bin schon im besser kann man es nicht ich habe zur folge energie strahl ich bin zum wort und begeta ja ich hab nur dann sieht würde passen wenn die ein bisschen mehr weise action reifer wer fände ich klingt ein bisschen zu milde irgendwie irgendwie weil nicht eine fetzigere version machen können ich kann es machen der einzige schreibe dem irgendwie ich glaube der englische synchronsprecher und zonboko irgendwie zusammengebrochen ist weil irgendwie weil ich irgendwie drei minuten am stück irgendwie gestiegen hat oder irgendwie so was was hat ich bin ich noch da um jetzt auch guck mal auf er sagte noch so im letzten part so ja und wie geht das sind so ungefähr gleich stark mehr und dann hat er noch sowas hier drauf zu spät war sehr gut aber irgendwie nicht geplant hat also hat setzt sein gesetz irgendwie hat er noch gezählt anscheinend cool okay also Warum kommen Sie wieder? Es ist lustig, wenn Sie mit Ihnen kämpfen! Ich werde es mit Ihnen! Sie ist sehr nett, aber Sie haben keine Zeit. Es ist ein Schuss. Ich denke, Sie können Sie nicht weg. Sie können Sie nicht weg! Geh Sie, Maginbü! Wie geht es, Biddy? Sie sind die drei von Ihnen, in zwei Wochen später. Deswegen... Das war's für mich. Du bist so schnappig, Schroeder! Geh! Oh, Babidi! Ich habe mich gut gedacht. Was? Ich habe mich gut gedacht. Ich kann nicht sprechen. Ich kann mich nicht sagen. Ich habe mich daran erinnert. Ich habe nichts mehr für dich. Ja, super. Ich habe dir auch gesagt, du sollst halt nicht machen. Gott verdammt. Das hat niemand kommen gesehen. Der Handlanger. Nee, nicht Handlanger. Das Monster wendet sich gegen den Schöpfer. Wo ist das nochmal passiert? Ach ja. Ja, in einer Zyborg-Saga. Ja. Du sagst halt, es wäre etwas Gutes. Ja. 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 Ja, bitte. ja schon mal wieder voll mit so einem ernten sichtausdruck erklärt ausgesehen das war einseitlicher schritt im film war das am besten ja 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 ich war einfach weil es dann im pico oder gokolo keine ahnung wanzu 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 Ich bin gut, aber ich bin gut. Ich bin gut, Son-Kun. Du bist so, dass du so. Du hast 5.000. Aber wenn du dich in den Geist verletzt, dann... Du kannst dich nicht mehr. Wenn du jetzt die Worte gemacht hast, dann kannst du nicht mehr. Ich hatte eigentlich andere Klamotten. Zu diesem Zeitpunkt, aber ich sage ja nichts. Das war nicht wirklich eine Umarmung, aber okay. Ich weiß nicht, wie man soziale, wie man sozial interagiert mit Leuten, also ja. Da ist unser Hauptcharakter weg vom Fenster. Kakarot. Um Majin Buu und Sound zu halten wird Son Goku zum Super Saiyan 3. Leider ist der Preis der Transformations hoch. Da muss ich uns jener zurückstellen und das Schicksal der Erde im Leben dann überlassen. Irgendwie so was stand da. Danke alte Schaffel. Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Warum kann Son Goku sich jetzt dahin teleportieren? Ich nehme an, es reicht der Kaioshin, ist jetzt irgendwie was, das ist nicht so ernst mit dem Reich der Lebenden oder der Toten oder irgendwie sowas. Hey. Ich habe eine Sprache auf Son Goku. Ach so, Hölle ist das hier. Also warum kann ich mich, ich bin da wieder in der Welt der Lebenden, ne? Das erst kommt diese Regel hier so mit, du darfst nur 24 Stunden am Leben bleiben, ne? Ja. Da kommt einfach hier hin und ja, tut wieder hier ein, die Welt der Lebenden zurückkehren. Ja. Ja. Ich mache die Effekte Kaioshin kaputt, aber ich sehe meinen Heiligen Schreck. Ich bin noch nie aufgefallen. Ja, war mal irgendwann kann ich mich nicht ganz frei bewegen, ne? Ja. Ja. Nein. Einmal habe ich gesagt. So. So. Und. Oh. Hier. was geht? Und der alte blablabla plot blablabla so majinاءはそんなに地球をめちゃくちゃに それにしてもそいつがさっき話してた伝説の剣か すげえ切れ味なんだろうな そのZソードっていうの そうだ宇宙で一番硬いと言われる金属 die dinger die ich mit den fäusten kaputt hauen kann auf der erde da kommt also kann ich ja super gemacht kaioschen ich bin mir ziemlich ja ding hätte durch majibo durchgeschnitten ich glaube nicht dass der aus dem herz mitteil der sony werben sonst besticht ja schön vermasselt auch echt gott befreit vom setz wert Noo Kaioshin was wir nichts vom master auch hier gelernt ja 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 Mwäh! Am2 Mw versuchten! Geist, 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 Geist! Geist, 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 Geist Geist, 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 Ge ich habe die direkt perfekt wird countdown zur katastrophe 30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ へへへ 俺を甘く見てないか? 魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ 貴様は魔人ブーの恐ろしさを何もわかっていない まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう wir haben ja niemand and sie sind nicht wirklich helden jedoch was besseres haben wir nicht super ist ein bisschen aber das ist ja immer funktioniert hat ne Ja. Ja.